Craft Beer brauen, das ist einfach Stand Up Paddling für Alkoholiker. Irgendeine Beschäftigungstherapie für die Mitte 40er, die ihre Scheidung nicht verkraftet haben, aber zu alt sind zum Fortnite spielen. Heute gehst du in eine Bar, stellst du ein Bier, bekommst du einen Poetry Slam. Das hier hat 4,9%, das hier hat 6,5%, das hier hat Röstaromen und einen nussigen Abgang. Bei dem hier haben wir noch die Asche von meiner Grossmutter reingemischt. Pale Ale, Red Ale, Stout, welches Worte? Ich habe meine fucking Kindheit vergessen! Das wollte ich! Jetzt bring die Man-Bahn in Bewegung und mach die Luft aus dem Glas! Weisst du, es geht einfach ums Erschaffen, ums Kreieren, dass man etwas macht, etwas ganz einzigartiges. Alkoholismus ist nicht einzigartig, Sven! Und es macht es auch nicht besser, wenn du auf Pinterest postest. Zieh die Holzfällerhemmchen ab und geh endlich in die Therapie, du Opfer!